Wir sind Team Dreiner, deine Kieferorthopäden. Wir Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden sorgen dafür, dass es deinen Zähnen gut geht. Indem wir sie zum Beispiel mit einer Zahnspange in Position bringen. Das ist unser Job. Wir bewegen Zähne. Halt, sagt Lara. Warum soll ich eine Zahnspange tragen? Mit meinen Zähnen komme ich echt gut klar. Das kann ich doch auch noch in 10 Jahren machen. Ja, das geht, Lara. Aber wir kennen Zähne so gut, dass wir sogar in die Zukunft gucken können. Und darum wissen wir, je älter du wirst, desto schwieriger wird die Behandlung deiner Zähne. Denn sie bewegen sich weiter dorthin, wo sie nicht hin sollen. Und dann wird es immer komplizierter, sie wieder in die richtige Bahn zu bringen. Aha, sagt Lara. Darum wollt ihr also, dass ich jetzt schon loslege. Ja, aber bevor es losgeht, entscheidest du, ob du eine Zahnspange tragen willst. Nicht wir. Und nicht deine Eltern. Denn eine Zahnspange zu tragen, ist gar nicht so einfach. Du musst gründlich putzen, beim Essen gut aufpassen und regelmäßig zu den Kontrollen kommen. Die Zahnspange kann sich auch mal komisch anfühlen. Klingt nervig, sagt Lara. Ohne mich läuft beim Projekt Zahnspange also gar nichts. Ganz genau. Und darum werden wir während des Projekts Zahnspange auch nie mit dir meckern, sondern dich als Team unterstützen. Und wenn du das Projekt Zahnspange heldenhaft mit uns durchziehst, dann tust du das nicht für uns und nicht für deine Eltern. Du tust es für dich. Und für ein Lächeln, das bleibt. Du tust es für dich. Und für ein Lächeln, das bleibt.